Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk im Tresor. Mein Name ist Christian Bolt und wir sprechen heute über das Thema Altersarmut. Altersarmut bzw. Altersvorsorge sind immer wieder Themen in den Medien. Spaß macht das alles nicht, denn wer denkt schon gerne ans Ende, wenn er sein ganzes Leben noch vor sich hat. Dass es trotzdem sinnvoll ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich Gedanken zu machen, zeigen wir in einem kurzen Film. Das ist Oma Hilde. Sie ist 68 Jahre alt und kann nun endlich in den Ruhestand gehen. Doch so richtig freuen tut sie sich nicht darüber, denn ihre Rente ist sehr gering und noch nicht einmal ausreichend, um alle Kosten wie Miete, Lebensmittel und Versicherungen zu zahlen. Da ist sie nicht die einzige, denn immer mehr Menschen über 65 sind von niedrigen Renten betroffen. Sie müssen weiter arbeiten gehen oder von Sozialleistung leben, damit sie genügend Geld zum Leben haben. Man spricht von der sogenannten Altersarmut. Nach der Weltgesundheitsorganisation gilt als arm, wer monatlich weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Einkommens seines Landes zur Verfügung hat. Doch warum bekommt Oma Hilde eigentlich so wenig Rente? Hierfür gibt es nicht nur einen Grund, sondern mehrere. Unser Rentensystem beruht auf dem sogenannten Umlageverfahren. Das heißt, ältere Menschen bekommen ihr Geld aus einer Rentenkasse in die von der arbeitenden Bevölkerung eingezahlt wird. Je weniger also eingezahlt wird, desto weniger kann an die ältere Generation ausgezahlt werden. Man spart demnach bei der Rente keinen festen Betrag an, den man im Alter erhält, sondern die Rentner werden durch die Beitragszahler finanziert. Das nennt man auch Generationenvertrag. Dieses Konzept beginnt allerdings zu bröckeln. Grund ist zum einen der demografische Wandel. Die Lebenserwartungen steigen und es gibt immer weniger junge Menschen. Außerdem beziehen ältere Menschen länger ihre Rente. Gleichzeitig aber zahlen weniger Menschen in die Rentenkassen ein. Zum anderen hat sich das Arbeitsleben verändert. Geringe Löhne und eine hohe Arbeitslosigkeit verschärfen das Problem zusätzlich. Frauen haben es da besonders schwer. Als Oma Hilde zu arbeiten anfing, zahlte sie immer fleißig in die Rentenkasse ein. Dann kümmerte sie sich viele Jahre um ihre Kinder, ging also nicht mehr arbeiten. Deswegen fehlen ihr wichtige Jahre, in denen sie nicht in die Rentenkasse einzahlte. Als Folge niedriger Renten wurden neben der gesetzlichen Rentenversicherung die berufliche und die private Altersvorsorge eingeführt. Mit einer neuen Rentenreform aus dem Jahr 2001 sollen private Altersvorsorge nun staatlich gefördert werden. Doch die kann sich nicht jeder leisten, vor allem Geringverdiener nicht. Die Politik bietet vielseitige Lösungsansätze, die allerdings auch sehr umstritten sind. Von der Erhöhung des Rentenbeitrags über eine Erhöhung der Löhne bis zu einem kompletten Wechsel des Rentensystems wird vieles diskutiert. Bisher konnte es noch zu keiner Einigung kommen. Doch eins ist sicher, die Renten sind es nicht. Bei mir ist jetzt Drechsler von der Volksbankstade Cuxhaven. Herr Drechsler, warum beschäftigen wir uns so ungern mit Altersvorsorge? Naja, Herr Woll, das Thema Altersvorsorge ist nicht besonders interessant und wird auch gerne verdrängt. Denn jeden Euro kann ich nur einmal ausgeben. Entweder ich kann ihn für später zurücklegen oder ich konsumiere ihn heute. Darüber hinaus ist das ganze Thema Altersvorsorge derart komplex geworden, dass eigentlich keiner mehr durchblickt. Aber dass ich was tun muss für die Altersvorsorge, haben wir ja bereits gesehen. Welche Möglichkeiten habe ich? Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Zuerst sollten Sie erstmal schauen, was haben Sie eigentlich schon für Ihr Alter getan? Welche Vorsorge haben Sie bereits betrieben? Dann müssen Sie schauen, wie stellen Sie sich denn Ihr Leben später vor? Welche Wünsche und Ziele haben Sie? Auch das hat große Einflüsse darauf, wie Ihre Altersvorsorgestruktur aussieht. Aus diesen beiden Faktoren, was habe ich heute getan und was habe ich später vor, können Sie dann ermitteln, wie viel Geld Sie benötigen. Beziehungsweise auch die sogenannte Versorgungslücke ermitteln, nämlich die Differenz zwischen diesen beiden Punkten. Darüber hinaus geht es darum, diese Versorgungslücke dann entsprechend zu schließen. Versorgungslücke schließen, habe ich verstanden. Aber wie mache ich das denn jetzt? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im ersten Schritt würde ich mal mit meinem Arbeitgeber nachfragen, welche Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge Ihnen dort angeboten werden. Im zweiten Schritt könnten Sie schauen, welche Möglichkeiten der staatlichen Altersvorsorge Sie noch nutzen können. Dort haben Sie noch den Vorteil, dass Sie sowohl Prämien wie auch Steuervorteile dadurch bekommen können. Und drittens können Sie sämtliche andere Anlageformen nutzen, um für das Alter vorzusorgen. Ob es eine Rentenversicherung ist oder vielleicht ein Fondsparplan. Wichtig ist in dem Zusammenhang, je früher Sie damit anfangen, desto einfacher ist es im Alter, sich ein entsprechendes Polster aufgebaut zu haben. Und ich war so nochmal zusammen. Unsere Top-Tipps zum Thema Altersarmut. Analysieren Sie Ihren Bedarf und ermitteln Sie Ihre Versorgungslücke. Nutzen Sie die Möglichkeiten der privaten sowie betrieblichen Altersvorsorge. und fangen Sie so früh wie möglich damit an. Auch kleine Schritte zählen, um die Altersarmut abzuwenden. Herr Drexler, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren bei uns im Tresor. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Talk im Tresor. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Mhm. 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 Ja, Mostern ist los, wie es stehen.